Oh nein, bitte nicht, bitte nicht. Mann, ich will jetzt mal ein Blatt ausnehmen. Hey! Oh, das kann es noch eine Weile dauern, bis das Ding fertig herbestellt ist. Guck dir mal meine Pistole an, sie wurde hier abgelöst. Was wie sie davon ist, ist halt einfach drügend. Das ist halt so ein Neufeld. Aber das ist super rot. Geh weg. Geh in die Ecke, genau. Soll ich auch kurz an die Leine? Hallo, bleib stehen! Wir brauchen aber auch wieder neue Getrabe, also mit dem Agentar Witzball zu laufen. Ich hab auch genau getroffen. Ich hab auch genau getroffen. Wir brauchen da viel mehr Holzbeutball. Guck mal, was ich hab. Wir brauchen eine Top-Pistole. Besser auf und zieh zu sein. Ich bin keine Heiler. Ich bin keine Heiler. Ja, ja, was war's? Aha! Ich bin eine Spielzeugpistole. Mach doch den Sound davon, als würde es schießen. guau. Ja, ich hab mit mir jedem nur gebüh gemessen. Ja, ich hab da mal so saun leuchtut, wie die, also... Ich glaube es steht so ein Visierna一rang gibi originale. Dann welcome lol zur Masse- und und ist das wie sie haben ja auch noch mal aber ja jungen Jungen, es war kein Vorhang. Es war ein Quill. Der Quill. Schau, guck, 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 guck. So wie Rudi im Rudi ist. Rudi hat es gesplutiert. Er hat für Kekse gegessen. Rudi, warte auf mich. Er hat erlogiert, wenn ich meine Aua hier bin. Oh nein! Er hat geschossen von einem Rasier. Schlimm und andere mit Fekterien. Hasti, hör auf. Hasti, hör auf. Hasti. Hasti. Es nervt nicht. Nein! Hasti. Hasti. Ich will jetzt etwas herstellen, aber dafür wollen nichts. Schau. Nee. Dann können sie auch besser schießen wollen. Ja, okay. Das ist schon wieder. Ja. Bruder, jetzt bin ich eine richtige Kampfmaschine. Mann, was ist das? Richtig Kampfmaschine. Ja. Ich stürme da rein. Ja. Hier ist die ganze Zeit so ein Kiefer. Oh, guck, was das ist. Das Schießpulver, was hier gerade hersteckt, ist nicht mein. Oh, wer ist hier weg? 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 Ja, man bräuchte aber Holz. Oh, ich wollte schon noch Krüste auf. Siehst du gerade sofort wieder? Ehm, die flachen. Ähm. Halt du mich! 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 Weißt du mich? Wieso ich so oft zum Vulkan wollte? Nein! Piew! Piew! An einem speziellen Grund. Nein, das ist nicht fracatizing. Gucci? Nö, ich. An einem speziellen Grund. Und ich habe C4 lernen wollen.